Megapiece, Alter! Megapiece! Hier ist wieder der Boss-Tanzverbot und wie ihr schon seht, befinden wir uns hier in Counter-Strike. Und ich würde ganz einfach mal sagen, dass wir jetzt mal wieder ein Case-Opening-Maken. Dafür würde ich sagen, welche holen wir uns denn? Na, ach, nein. Holen wir uns mal fünf Stück. Fünf Stück ist eine gute Zahl! Oder, ja, ja doch. Autorisieren. Bam, Dicker! What if a bam, Dicker! Bam, Dicker! Okay, Dicker, fangen wir mal an damit, Dicker. Wo sind denn die scheiß Schlüssel hin? Ey, ihr Nutten-Söhne, wo seid ihr hin? Was ist denn das für eine Hurensohn-Scheiß? Wieso sind die Schlüssel nicht ganz vorne? Die kosten 100 Millionen Euro. Behälter öffnen. So, was kann man denn da kriegen? Habe ich das Richtige gekauft? Yeah! Give me a knife! Give me a knife! Give me a knife! Du Hurensohn, Alter! Das ist so typisch, Alter. So eine verfickte Drecksnutten-Scheiße. Boah, krass, Alter. Krass. Wo sind meine falschen Hurensohn? So, ich will, ich will das Knife haben. Give me a knife, give me a knife, give me a knife, give me a knife. Give me a knife. Du Hurensohn! Ey, jetzt reicht mir das langsam. Diese Galilie, die geht mir am meisten auf den Sack, weil ich mit dieser verhutten... Guck dir mal die... Was sind denn... Was... 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 Dicker, die ist 5 Cent wert. So, jetzt aber. Ich... Komm, ich muss daran reiben. Oh... 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 Alter, die ist ja kaputter als alles andere auf der gesamten Fickwelt. Das ist ja... Da ist ja fast kein Skid mehr drauf. Der Hurensohn! Warum habe ich schon 11 Euro fürs scheiß Kies ausgegeben? Der letzte? War das schon der letzte? Na, wenn ich jetzt... Sag mir bitte, dass ich noch ein Key habe. Ich muss das selber sehen. Da ist noch ein Key! Da ist noch ein Key! Gib mir jetzt ein Knife, du Hurensohn! Oder die... Ich, die installiere dieses Hurensohn-Game. Drei. Ich guck nicht hin. Gib mir keine Scheiße, du Fotze! Du Hurensohn! Der gibt mir dreimal diese Kacke, wo gar kein Skin mehr drauf ist! Ne, lohnt sich einfach nicht mehr. Wie viel Geld ich für diese Hurensohn-Nutten-Fick-Scheiße ausgebe, Alter! Hat keinen Sinn! Hat einfach keinen Sinn! Ich glaube, ich werde diese Folge hiermit beenden. Also diese Folge sowieso, aber ich... Die ganze Serie meinte ich. Nö. Das ist Nutten-Gefick. Haut rein, Alter!